Sie stehen in Schrittstellung an einer Wand. Die Ferse des hinteren Beines bleibt auf dem Boden. Bewegen Sie Becken und Oberkörper langsam nach vorn, bis die Wade spürbar gedehnt wird. Halten Sie die Endposition 20 bis 30 Sekunden und gehen Sie zurück zur Ausgangsposition. Wiederholen Sie die Übung dreimal je Seite.